Ich will mich einfach mal herzlich bedanken für deine ganze Arbeit, für Videos und Streamen, mach bitte mal weiter so, für immer härter BSC, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich gebe mein Bestes, danke für die netten Worte und den Support. Das hilft mir auf jeden Fall, das weiß ich auch zu schätzen und da ist einer meiner besten Paul Scherz, grüß dich du geiler Typ, bester Mann, letzten Freitag noch einen wilden Abend gehabt, ihr könnt mal alle Paul Scherz nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Allergie mit Asthma kennen wir, ist übel, hoffe es geht dir bald besser. Das Problem ist, es geht meistens so bis Mai, ich muss irgendwann wirklich auswandern, es wird jedes Jahr schlimmer und ich habe auch schon alles gemacht, Hypersensibilisierung. Ich bin jetzt auch nochmal bei so einem Ganzkörpercheck von einem anderen Heiler, der da auch viel mit Mitteln aus der Natur arbeitet, weil die ganzen Pharma-Mittel nehme ich ja seit ich, keine Ahnung, drei Jahre alt bin. Und die haben ja auch alle ihre Nebenwirkungen. Ja, vielleicht muss ich wirklich irgendwann mal auswandern, irgendwo wo es wüstenmäßig ist oder wo zumindest mal nicht diese ganzen Blüten, weil das ist halt nicht nur Heuschnupfen, sondern Asthma, das zieht dich auch von der Psyche runter, wenn du die ganze Zeit keine Luft kriegst. Aber ja, ich will jetzt nicht so rumheulen, ich bin es ja gewohnt, bloß dieses Jahr fängt es irgendwie noch früher an, weil es einfach so warm ist. Dann geht es immer früh los mit den Frühblühern und ja, siehst du, da ist hier alles Happy Birthday nachträglich, sehr schön. Gut gelaunt, schwer nach der letzten Woche, ja, stimmt. Ich bin auch nicht der Bestgelaunte diese Woche. Ich war gestern auch mega schlecht noch gelaunt im Stream mit Nico, ich konnte es gar nicht abstellen. Aber man muss natürlich den Blick nach vorne richten, ist ja völlig klar an der Stelle. Ja, was ist denn so passiert jetzt, seit wir das letzte Mal gequatscht haben? Wir haben Montag das letzte Mal gequatscht, Tom Herrig soll eventuell verlängert werden. Was sagt ihr dazu? Eine richtige Entscheidung? Ich würde ja erstmal sagen, es ist auf jeden Fall gut, wenn wir da Planungssicherheit haben, mit jemandem, der eben lange im Verein ist und auch letztes Jahr schon an der Lizenz gearbeitet hat, schon in den Sanierungsprozess involviert war die ganze Zeit. Ich glaube, das ist schon mal erstmal nicht so schlecht. Bereitest du schon die Argumentation für den Saudi-Wechsel vor? Nee, da würde ich eher die Argumentation bringen, dass ich die Menschenrechte verbessern will. Ich dachte eigentlich eher so an Death Valley. Nee. Aber ich brauche irgendwas, wo nicht so viele Pflanzen blühen. Meinetwegen auch Teneriffa. Hat doch jetzt gute Arbeit gemacht. Ja, ist für uns immer schwer zu beurteilen von außen. Aber der war ja maßgeblich als Geschäftsführer eben auch an diesem neuen Prozess beteiligt. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass wir Planungssicherheit haben, weil wenn jetzt wirklich ab 15. März die Lizenzunterlagen eingereicht werden müssen und das muss jetzt alles jemand machen, der sich erstmal einarbeiten muss, wird bestimmt auch nicht so einfach. Mike sagt, schwer bei ihm zu bewerten, echt keine Ahnung. Tom, also damit meinst du wahrscheinlich Tom Herrig, steht für Konstanz und gute Arbeit, ein Herr Tana durch und durch. Das ist echt krass, wie lange der bei Hertha ist. Der ist schon länger bei Hertha, als ich Hertha-Fan bin. Und das ist ja schon eine Weile. Seit 2000 ist der bei uns, der Tom Herrig. Angefangen als Marketingleiter, jetzt ist er Geschäftsführer. Ist ja im Endeffekt auch hochgearbeitet. Tja, stimmt, unsere U19, da können wir erstmal einen fetten Glückwunsch ausrichten an unsere U19. Die hat nämlich heute um 13 Uhr gespielt gegen Union und 2-1 gewonnen. Wichtiges Spiel auch, weil Union quasi der zweite Verfolger war oder ist nach dem VfL Wolfsburg in der U19-Bundesliga Nord-Ost. Und das waren richtige Big Points. Also unsere U19 macht echt Spaß. Hätte ich mir auch gerne angeschaut, das Spiel übrigens getroffen. Bellomo und Truss. Gerade erst verlängert und jetzt gleich mit dem wichtigen Tor. Zwei rote Karten gab es auch noch bei Union zum Ende des Spiels. Und Hertha's U19 hat jetzt auch ein Spiel mehr, muss man dazu sagen. Aber sieben Punkte Vorsprung auf Wolfsburg auf Platz 2. Drei und elf Punkte Vorsprung auf Union auf Platz 3. Allerdings, wie gesagt, ein Spiel mehr. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, dass Hertha die Staffel wieder gewinnt, um dann eben in die Playoffs zu ziehen. Wo wir letztes Jahr dann leider gescheitert sind, quasi im Halbfinale. Aber Oliver Reis steht wirklich in unserer U19 für Erfolg, muss man sagen. Ob Tom Herrich es weitermachen will, ist eine andere Frage. Man will ja nicht immer eine schwere Arbeit haben. Ich hoffe natürlich, er bleibt. Ja, aber der ist bestimmt mittlerweile auch so in Berlin verwurzelt, wenn er hier ist, seitdem er 39 ist. Und zumindest laut BILD und anderen Medienberichten soll es ja soweit kommen, dass er dann um drei Jahre verlängert. Hat doch die schwierige Situation mit der Lizenz gut hinbekommen, genau. Aber, wie gesagt, war auch im Aufsichtsrat in den Zeiten, wo es viele Sachen bei uns waren, die nicht so gut gelaufen sind. Wo man ihn dann auch nicht ganz aus der Schuld nehmen kann. Aber es ist halt auch ein Gremium. Und am Ende ist es der Aufsichtsrat. Es hätte ja auch klappen können. Aber das war immer so die... Ja, das war immer so die... Der Kritikpunkt, den man vielleicht hätte äußern können. Stehen auf Platz 1, echt super Spiel gewesen. Wart ihr im Stadion oder wurde das irgendwo übertragen, das Spiel von Herthas U19 gegen Union? Ja, ich bin auch für Konstanz auf dieser Position. Gerade bei diesen Positionen, umso weiter du nach oben gehst, so Geschäftsführer und so weiter. Da machen sich ja auch Veränderungen erst wirklich dann Jahre später bemerkbar. Und wir haben den richtigen Weg eingeschlagen. Wir haben den Weg mit ihm eingeschlagen. Und das ist alles doch gut, wie es läuft. Also so gut, wie es halt in der Situation laufen kann. Also kein Grund, ihn jetzt dafür abzustrafen. Ja, man weiß halt immer nicht, was hinter den Kulissen so passiert. Wer welche Entscheidungen trifft. Und wer wie viel Alpha-Männchen ist. Am Ende sollte ja das Präsidium schon Richtlinien vergeben, wo es hingehen soll. Und der Geschäftsführer sollte dann für die Umsetzung sorgen. Inwiefern das in der Praxis dann so ist, keine Ahnung. Aber er hat ja auch unter den unterschiedlichsten Leuten zusammengearbeitet. Unter einem CEO wie Carsten Schmidt oder mit Fredi Bobic in der Doppelspitze quasi zusammen. Jetzt alleine als Geschäftsführer. Wurde auf der DFL-Seite und auf YouTube übertragen. Ah, okay. Interessant. Ja, aber 13 Uhr hätte ich eh nicht gucken können. Aber hätte ich mir gerne angeschaut. Kann man den im Nachgang auch noch gucken? Also ich muss sagen, alle U19-Spiele, die ich mir angeguckt habe unter Olli Reis, fand ich taktisch gut, fand ich spielerisch gut. Fand ich auch moralisch gut. Wenn wir mal an das Spiel denken gegen Dortmund. Ich glaube, da haben wir im Hinspiel 4-0 verloren, was auch wirklich bitter war. Wo wir dann im Rückspiel auch eigentlich noch hätten Elfmeter bekommen müssen und uns überhaupt nicht aufgegeben haben im Rückspiel. Zeugt das auch davon, dass er weiß, wie er eine Mannschaft motivieren kann, selbst in einer recht aussichtslosen Situation. Also guter Typ. Denkst du, Ibrahim wird am Sonntag spielen? Also er war ja jetzt schon im Kader und so wie Pahl über ihn geredet hat. Und wenn wir davon ausgehen, was wir sehen, dass unser zentrales Mittelfeld eine Schwäche bei uns ist, dann gibt es für mich da wenig Gründe, warum er nicht spielen sollte. Auf YouTube war es sehr schlimm, hatte man alle 5 Sekunden Standbild. Okay, na gut, dann wird es wahrscheinlich nicht viel bringen, wenn das hier alle schon reinschreiben. Also so wie Pahl über Bradley Ibrahim gesprochen hat, hat es mich ja eher schon gewundert, dass er im letzten Spiel nicht von Anfang an gespielt hat. Wenn er zu gut für uns ist. Aber vielleicht spielt er jetzt am Wochenende und wir sehen gleich mal. Aber ich bin immer gespannt bei solchen Spielern. Ich meine, Bilal Hüseyin war ja auch oder ist weiter ein vielversprechendes Talent. Wir sehen ja, wie schwer sein Stand ist. Kommt er jetzt auch gar nicht mehr zum Einsatz. Er ist nicht mal mehr im Kader. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist. War eigentlich ja nicht als verletzt angekündigt. War letztes Mal aber nicht mal im Kader, glaube ich, gegen Hamburg. Er hat ja auch einen schweren Stand. Muss sich auch erstmal an Deutschland und vor allem auch an die Liga gewöhnen. Paule, grüß dich. Weißt du eigentlich, wann Ibo wieder fit ist oder wurde er von Pahl einfach noch nicht berücksichtigt? Also ich hatte irgendwie gehört, dass er eigentlich hätte spielen sollen heute. Und dann fand das Spiel doch auf Kunstrasen statt. Deswegen hat er dann nicht gespielt, wegen Verletzungsgefahr. Ich hatte ja mal mit ihm gesprochen. Da hatte er gesagt, er trainiert voll mit, auch schon eine Weile wieder. Also einsatzfähig müsste er eigentlich langsam wieder sein. Es ist aber auch immer die Frage, wie viel Rückstand hast du aufzuarbeiten, wenn du so lange verletzt warst, bis du eben nicht nur voll im Training mitmachen kannst, sondern eben auch 70, 80, 90 Minuten Wettkampfpraxis auf den Platz bringen kannst. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der Palko gegen den HSV nicht so schlecht fand. Ich finde, Palko hat auf dem Flügel einfach keinen Impact. Ob das jetzt an ihm liegt oder an unserer Spielweise. Ich fand ihn wirklich im Zentrum bisher am besten bei uns. Gerade wenn du an das Hinspiel auch gegen Fürth denkst und so weiter. Da finde ich ihn schon irgendwie... Aber unsere Flügel haben ja sowieso Probleme, sobald Fabi Rehse nicht da ist. Liegt für mich aber auch ein bisschen an dieser nicht gerade dynamischen Positionierung der Spieler, die nicht im Ballbesitz sind. Wird ja immer gesagt, man muss so lange trainieren, bis wie man verletzt war. Ja, aber du weißt ja auch nicht... Also damit ist ja auch Reha und so gemeint. Du weißt ja nicht, wann... Ich weiß gar nicht, wann die Reha bei ihm angefangen hat. Ich glaube schon im November oder so, ne? Das heißt, dann war ja vielleicht... Wann hat er sich verletzt? Im Juli? August, September, Oktober? Drei Monate? November, Dezember, Januar? Würde schon passen. Glaube mal, dass Paul warten will, bis Ivo auf 100% ist. Ja, das ist auch richtig bei so einem jungen Spieler, weil wenn du dann dir nochmal eine schwere Verletzung zuziehst, ist das ja nicht nur extrem demotivierend, sondern kann auch eine Karriere extrem negativ beeinflussen. Also das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, da bestmöglich alles auszuschließen an langfristigen Verletzungen. Hoffe, Clemens spielt endlich wieder auf der Sechs am Wochenende, das hoffe ich auch. Ich glaube, Clemens unterschätzt man, hatte ich am Montag schon gesagt, ich glaube, Clemens ist wirklich ein Spieler, der mehr fehlt, als man es denkt. Du merkst ihn, wenn er nicht da ist, du merkst ihn nicht so viel, wenn er da ist, was auf seiner Position ein gutes Zeichen ist. Er ist sehr passsicher, gute Bewegung, gutes Raumverständnis. Clemens schaltet sich ab und an auch immer wieder offensiv ein, hat, finde ich, auch ein gutes Zweikampfverhalten. Sehr, sehr spielintelligent in seinem jungen Alter auf einer eigentlich unangestammten Position. Und ich finde, Clemens ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Clemens und Bradley Ibrahim fände ich sehr interessant. Ich kann halt Bradley Ibrahim überhaupt nicht einschätzen. Das muss Pahl machen und sein Trainerteam durch die Trainingseindrücke, was ja auch manchmal ein bisschen schwierig ist, weil da spielt man ja gegen sich selbst. Aber fände ich sehr, sehr interessant, die beiden zusammen. Ich finde Buchalakis entgegen dem, was du jetzt sagst, V. Bellen nicht so schlecht. Ich finde vom Spielverständnis, er hat halt überhaupt kein Tempo. Aber auch das gilt es dann auszugleichen und nicht, indem man einen Florian Niederlechner gegen den Ball neben ihn stellt, sondern entweder im Kollektiv oder wirklich einen schnellen, antrittsschnellen Spieler neben ihn stellt. Weil Buchalakis an sich hat für mich ein großes Spielverständnis und auch eine gute Ballbehandlung. Klar, so eine Fehler dürfen ihm nicht passieren wie gegen Kaiserslautern. Boah, ich kann nämlich gar nicht mehr. Kaiserslautern, ja. Aber ich finde ihn spielerisch eigentlich ziemlich gut. Und ich glaube, wenn du ein System aufbaust, wo es nicht darauf ankommt, dass er die Spritzigkeit nach hinten hat, dann kann er dir auch richtig viel geben. Aber so wie wir ihn jetzt meistens aufgestellt haben, fällt dann eher auf, was er nicht kann. Ich dachte, ich gucke nicht richtig, als Niederlechner ZM gegen den Ball gespielt hat. Ja, also, dass Niederlechner jetzt der sein soll, der mit der Tempodefizite im Antritt ausgleicht, weiß ich auch nicht so richtig. Wobei, Niederlechner gegen den Ball eigentlich auch keine schlechte Figur macht, das meine ich nicht. Aber davon mal abgesehen, dass ich ihn schon nicht als ZOM sehe, dann noch gegen den Ball als Sechser aufzubieten, finde ich dann schon sehr gewagt. War ja auch nicht dauerhaft so. Die haben es dann irgendwann auch wieder angepasst. Das war, glaube ich, nur die ersten 30, 40 Minuten so. Dann hat er es ja wieder angepasst. Bucher auch coole Pässe nach vorne. Bucher Lackes ist eine Frechheit, spielt zu ihm nicht direkt an, sondern einen Meter daneben kommt er nicht mehr hinterher. Ja, aber es gibt so eine Fußballer, die können dir trotzdem helfen. Ich glaube, vom Spielverständnis, von seiner Passqualität, wenn er die auch langschlagen kann, wenn die Laufwege stimmen, ist er vielleicht sogar der Beste. Aber er hat halt ein geisteskrankes Tempodefizit und auch keine Dynamik natürlich. Ja, das sehe ich auch so. 99er Bucher gefällt mir gut. Einer der wenigen, der mal eine Idee mit dem Ball hat und gute Verlagerungen spielt. Auch aus dem Fußgelenk einfach. Bloß dafür brauchst du dann halt auch dynamisches Positionsspiel und Automatismen mal wieder. Barcourt ist für mich einfach grottenschlecht. Er macht das Spiel so langsam, weil er für mich keine Spielübersicht. Ja, ich meine, überzeugen tut er mich bis jetzt auch nicht. Hat bisher auch sehr, sehr viele falsche Entscheidungen getroffen. Braucht vielleicht auch noch ein bisschen, war ja auch kein Stammspieler bei Mainz. Vielleicht braucht er noch ein bisschen, aber so ist er natürlich keine Hilfe. Aber ich glaube auch, dass auch der besser funktionieren würde in einem klaren System mit klar einstudierten Abläufen. Aber bisher ist es zu wenig. Das muss man schon sagen. Da erinnert er eher an die Zeit, wo er bei Frankfurt dann nicht mehr gespielt hat. Und auch, wo er bei Mainz dann eben keine Rolle mehr gespielt hat. Hauhe, Hertha BSC, Tag Männer, liebe Grüße aus dem tiefen Oberbayern. Grüße nach Oberbayern. Und Hertha BSC hat geradet. Ich weiß zwar nicht, was sie vorher gemacht hat, aber ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Wir machen hier gerade so eine offene Talkrunde über Hertha. Wir quatschen einfach. Ich lese ein paar Kommentare vor, sagt ein bisschen was dazu. Also wenn ihr Bock habt, macht gerne mit. Und ich hoffe, ihr hattet bisher einen schönen Abend. Daniel schreibt, bisher überzeugt in der Mannschaft, aber niemand. Ja, es ist schwer im Moment zu überzeugen. Leider kommt der Ball nicht ins ZOM, wenn Fluppe schon in der ZM-Position die Bälle bekommt. Ja, und das ist auch ein Fehler, weil er fehlt ja, sieht man ja auch oft. Ganz herzlich dein Michael Willkund. Er versucht sich ja ins Spiel einzubinden, indem er sich die Bälle tiefer abholt oder indem er sich auch mal auf dem Flügel bewegt. Aber dann hast du halt auch keinen, der nachrückt in den Strafraum. Und dann haben wir manchmal die Möglichkeit zu flanken, aber dann steht er da gar nicht. Aber andersrum, er ist ja die ärmste Sau. Er kriegt ja auch keine Bälle, außer irgendwelche langen Bälle, wo er sich dann im Kopfballduell durchsetzen muss und dann auch keine Anspielmöglichkeit hat. Kann einen höchstens verlängern, da ist dann meistens aber auch keiner. Ja, also ich finde, Tabakowitsch schreibt sich schon immer sehr, sehr auf und gibt alles. Ich finde jetzt seinen ersten Kontakt nicht so geil, aber ansonsten finde ich ihn, also dem kannst du nichts vorwerfen. Lenny, danke für dein Stufe 1 Abo, 18 Monate am Start. Moin zusammen auf einen geilen Stream und ein gutes Wochenende, hao he. Na, Wochenende ist noch ein bisschen hin, oder? Oder ist bei dir morgen schon Wochenende? Äh, gebe dir recht, aber diese krassen Fehler zerstören alles. Für mich ist auch Kempf der bessere IV als Leistner, aber Leistner ist konstanter und genau das fehlt Buche. Ja, das stimmt, das kann man schon gut vergleichen. Bei Kempf, es ist so crazy, ne? So oft sage ich das ja, eigentlich richtig gutes Spiel gemacht, krasse Zweikampfwerte, die wichtig, wichtige Bälle geblockt, wichtige Tacklings gehabt. Und dann ist immer ein so ein Fehler dabei, wo du denkst, Hilfe! Und der ist dann auch häufig sehr entscheidend. So einen Fehler darfst du dir auch nicht erlauben. Aber auch da sage ich immer, ist auch was, wie positionieren sich die Mitspieler? Was für Anspiegelsituationen hast du? Aber bei Kempf fällt es einem manchmal dann schon schwer, dafür eine Ausrede zu finden. Bin ich hier richtig beim besten Hertha-Streamer überhaupt? Da solltest du hier richtig sein. Hast du Klauseln gesehen, ab wann sich der Vertrag vom Barcock verlängert? Ne, gibt es da Klauseln? Ist das öffentlich geworden? Dann schreib es mal gerne rein, interessiert mich. Haben halt eine richtig vorgegebene, haben halt keine richtig vorgegebene Raumbesetzung und Vorgaben, macht halt jeder, was er will und unter Druck kommt oft nichts bei rum. Ja, und dadurch entstehen auch oft Fehler, ne? Weil du dich dann alleingelassen fühlst, da musst du ins Eins gegen Eins gehen, kannst den Ball nur noch wegschlagen oder spielst du einen Fehlpass, weil das auch leicht zu pressen ist durch den Gegner. Deswegen traut sich dann Kaiserslautern auch gegen uns sehr hoch zu pressen. Willkommen, willkommen, guten Abend. So ein wilder Name. Also meine Meinung ist, dass Herr Weber von seinen Transfers nur einer geklappt hat mit Fluppe und Reze hat ja unser ehemaliger Messi geholt. Ja, beziehungsweise Sandro Schwarz hat ihn ja eigentlich haben wollen. Naja, aber auch da bleibt, es ist halt eine Meinungsfrage. Ich sage, dass du mit den Spielern auch durchaus mehr rausholen kannst, unter anderem mit einem Karbovnik. Ich glaube, da kannst du viel mehr rausholen. Bilal Hüsse ihn, ja, körperlich nicht der Mann. Leistner ist auch ein stabiler Transfer gewesen, gerade ablösefrei. Gersbeck wäre eigentlich ein guter Transfer gewesen. Sag mal, hast du schon über Mittelstädt gesprochen? Ja klar, andauernd. Der zeigt halt mal wieder auf, dass wenn wir immer nur sagen, die Spieler sind zu schlecht, die Spieler sind zu schlecht, die Spieler sind zu schlecht, dass es eben nur die halbe Wahrheit ist. Und wie Spieler, wenn sie so eingesetzt werden, dass ihre Stärken hervorgehoben werden und ihre Schwächen nicht so zum Tragen können oder abgesichert sind, wie Spieler über sich hinaus wachsen. Und wie Spieler ihr Potenzial ausschöpfen und wie Spieler selbstbewusst werden. Also nochmal, dieses Tor, was Mittelstädt, Mitti, ich habe ja Mitti immer gefeiert, ich weiß Daniel nicht so, aber Mitti habe ich immer gefeiert, wenn du dieses Tor siehst von Mittelstädt gegen Freiburg, wie er den da rüberchippt aus Spitzenwinkel über Artobulu. Das zeugt von so einem Selbstbewusstsein, was er bei uns nie hatte. Und selbst in Phasen, letztes Jahr, wo er Platten hat, wirklich unterirdisch gespielt hat, hat er ja nicht gespielt, obwohl er ganz gut drauf war. Da hat er mal an einem Spiel einen Fehler gemacht und durfte dann nicht mehr spielen. Naja, aber Mittelstädt ist nicht unbegründet, das habe ich ja schon vor zwei, drei Monaten gesagt, wenn es so weitergeht, wird er noch Nationalspieler, weil wir haben nicht so unfassbar viele Linksverteidiger. Und er macht es einfach extrem gut. Er wird niemals derjenige sein, der so eine butterweichen Halbraumflanken wie Plattenhard in seinen besten Zeiten schlägt oder solche Freistöße schießt. Aber er hat eine unheimlich intensive Arbeit gegen den Ball. Er ist spritzig und extrem fleißig. Und in der Schiene funktioniert er halt sehr gut. Hey, 1892, danke für dein Primao, 25 Monate am Start. Hauhe oder er wieder Hauhe. Das werden wir dann am Sonntag sehen. 030, Dominik, danke für ein Piz. Palko ist auch körperlich, ist auch nicht körperlich. Ist einfach so, sowieso ist dann eigentlich ein Hussein nicht körperlich. Was? Sag mal, kann ich nicht lesen oder kannst du nicht schreiben? Palko ist auch nicht körperlich. Ist einfach so. Ist dann angeblich ein Hussein nicht körperlich? Okay, da haben einfach nur die Kommata gefehlt, deswegen konnte ich es nicht entziffern. Es kommt ja auch auf die Position an. Also Pahl will natürlich im Zentrum, auf der 6er Position will er Leute haben, die körperlich gegen den Ball laufen. Auf der Flügelposition ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Da geht es ja vor allem auch um Spritzigkeit im Spiel nach vorne. Aber du kannst auch pressen, ohne die Kante zu sein. Auch im zentralen defensiven Mittelfeld. Wenn du über das spielerische Element kommst, wenn du eine gute Zonenaufteilung hast, kannst du trotzdem Ballgewinne erzeugen, auch wenn du körperlich zu schwach bist. Zitadenkin fragt auch, welcher Dadai-Sohn ist denn körperlich weiter als Hissi? Ich frage mich echt, warum viele glauben, dass in Schweden nur Luftpumpen spielen. Man hat ja schon in ein paar Szenen gesehen, dass er da Schwierigkeiten hat, Bilal Hissi, körperlich. Aber man hat auch zum Beispiel beim Auswärtsspiel, das fand ich sehr gut nach seiner Einwechslung in Kaiserslautern gesehen, dass er sich eben trotzdem reinhängt und versucht, Bälle zu erobern. Oder dass er dann eben versucht, clever den Körper reinzustellen, auch wenn er eben eher schmächtig gebaut ist. Und du kannst halt nicht Spieler gerade im Kreativbereich nur danach aufstellen, was sie für eine Körperlichkeit haben. Aber gut, es kann natürlich auch voll nach hinten losgehen und du kriegst auf einmal gar keinen Zugriff mehr. Kann ich natürlich schwer einschätzen. Aber ich finde, Bilal Hissi hat es immer besser gemacht, auch im zentralen Mittelfeld. Gerade wenn wir dann überlegen, wir haben dann da mit zwei IVs gespielt, wobei Clemens für mich noch ein wirklicher Sechser sein kann. Aber wenn du dann halt davor noch einen Flo Niederlechner oder einen Previak hast, dann ist deine Zentrale halt einfach tot. 0-3-0 Demenik, danke für nochmal 100 Bits. Was findest du? An Winkler gut, er ist einfach nur schnell, mehr kann er nicht. Er bringt eine gute Dynamik mit, er kann eigentlich auch gut flanken, wenn er mal dazu kommt. Aber ich glaube, dass Winkler einfach auch falsch eingesetzt ist. Wenn ihr euch mal ein paar Mal die Spiele von Waldhof Mannheim angeschaut habt, das ist ein Spieler, den schickst du in die Tiefe. Das ist kein Spieler, den du mit dem Rücken zum Gegner anspielst oder den du anspielst wie Reze, wenn er gerade den Außenverteidiger vor sich hat. Der kann keinen im 1-gegen-1-Duell austanzen. Der ist gut, der rennt dir auch zurück, der arbeitet zurück, er ist nicht sehr körperlich, aber der ist der optimale Konterspieler. Wenn du vielleicht auch in der zweiten Halbzeit Räume hast für Umschaltspiel und ihn tief schicken kannst und er dann Richtung Strafraum einläuft oder meinetwegen auch zur Grundlinie runterläuft und flankt. Ich würde halt bei Winkler mal interessant finden, Winkler, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Winkler ist Linksfuß, oder? Winkler ist Linksfuß, jetzt bin ich schon selber durcheinander. Ich glaube, Winkler hätte einen Vorteil, oder ist er Rechtsfuß? Ich glaube, Winkler hätte auf jeden Fall mal einen Vorteil, wenn er mal zur Grundlinie gehen kann und dann auch mal die Flanke schlagen kann. Tom schreibt, ich hoffe, dass er ihn bekommt, in Zukunft mehr Spielzeit, der kann auf jeden Fall was, würde ich auch sagen. Ja, Winkler ist Linksfuß und er schafft es halt häufig nicht, am 1. vorbeizugehen, um ins Zentrum zu ziehen und den Abschluss zu suchen, so wie Sterry immer versucht dann, oder auch ein Räse, wenn er eben nicht flankt. Und ist auch nicht beidfüßig genug, wenn er dann mal in die Tiefe geschickt wird, zur Grundlinie, um dann mit seinem schwachen Rechten eine gute Flanke zu bringen. Vielleicht mal Winkler auf Links ausprobieren. Muss ja nicht immer selber den Abschluss suchen, dann kann er vielleicht auch mehr bringen. Bin sehr gehypt auf Ibrahim, hoffentlich ist er nicht der nächste Sinan Kurt. Das ist jetzt, glaube ich, weit hergeholt der Vergleich, nur weil die beide jung sind. Gwendozy war auch körperlich keine Maschine, aber so ein Ballmagnet, ja, der war schon körperlicher als Hüseyin, aber der war jetzt eben kein Pascal Clemens oder, weiß ich nicht, wen uns da jetzt einfällt. Ja, der hat das überspielerische gelöst, dadurch, dass er dynamisch war. Du kannst ja auch beim Pressing einfach gut antizipieren und früher am Ball sein, sodass du gefoult wirst. Dann musst du ja nicht immer nur grätschen oder tacklen oder jemanden körperlich umhauen. Ich finde, Winkler ist im Formtief, der kann schon mehr als so schnell, du siehst es ja auch. Zum Beispiel gegen Wien Wiesbaden hast du das auch gesehen, der kann eigentlich auch gute Flanken schlagen. Aber klar, er hat schon mal besser performt, aber wie gesagt, ist auch immer so eine Frage, wie man jemanden einsetzt, was soll er machen, ohne die jetzt komplett da rausnehmen zu wollen. Also die sind auch nicht gerade alle in Höchstform. Kante ist doch auch eher Luft, trotzdem so eine Maschine bei Balleroberung. Genau, also das, gut, ich glaube, es geht ja auch nicht darum, dass er sagt, der Körper ist ihm zu schwach, sondern wie ist er bei Balleroberung. Und vielleicht reicht ihm das noch nicht aus. Ron schreibt, guten Abend, für mich ist ein großes Manko, das Passspiel, viele Fehlpässe, selbst bei über drei Metern bleiben die Bälle auf halbem Weg liegen, sind normalerweise die Basic, Schernd und Karbovnik machen ewig das Gleiche, für jeden Gegner leicht zu durchschauen nach zehn Minuten. Ja, aber dieses immer das Gleiche, das ist ja schon eine Sache, was ist ein Studiert, oder? Ja, und die Passqualität ist auch nicht gut. Wir haben auch keine gute Passquote. Passquote hängt aber auch viel damit zusammen, was machen die Spieler ohne den Ball. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich auch nicht versteckst hinter deinem Gegenspieler, dass du dynamisch bleibst, dass du versuchst, eine Anspielstation zu bieten, dass du dich auch traust, eine Anspielstation zu sein mit dem Gegner am Rücken, etc., etc. Ich weiß, ihnen fehlen doch mindestens 20 Zentimeter, damit er mal spielt unter Beidardai. Er wurde ja auch damals höher eingeschätzt, laut Transfermarkt. Denkt ihr, Clemens bleibt auf der Sechs in Zukunft, oder geht er wieder eins zurück in die IV, was er ja eigentlich immer gespielt hat? Das werden wir dann sehen, auch je nachdem, was bei uns der größere Bedarf ist. Sollte beispielsweise mal Bedarf sein, oder wir wollen mal Dreierkette spielen, wo Clemens in der Mitte spielt, würde ja auch Sinn machen, wenn er so spielstark ist. Ich glaube, darauf kommt es ein bisschen an. Und was der jeweilige Trainer dann mit ihm vorhat. Ich glaube, Pardada sieht ihn schon auf der Sechs auch, weil er da dann auch Platz für ihn hat. Aber irgendwie finde ich es fast... Ich müsste noch mehr Spiele im Profibereich von Clemens in der IV sehen, aber ich finde ihn fast in der IV verschenkt, weil ich ihn sehr, sehr gut finde auf der Sechs. Andersrum, wenn ich an das Spiel gegen Wolfsburg denke, da hat er auch schon echt gut die Gegner weggecheckt, Körperlichkeit mitgebracht, gutes Verständnis dafür gehabt, wo der Ball hinkommt, gute Antizipation. Paar war ja auch selbst immer relativ schmächtig, aber er hat wie verrückt Bälle erobert. Ja, wie gesagt, ich glaube, da sollte man sich jetzt nicht an dem Wort festmachen, dass er zu schmächtig ist, sondern vielleicht eher, dass er noch nicht körperlich genug ist. Wie gesagt, es gibt auch Spieler, die waren stock und waren extrem körperlich. Richtig kantig. Habt ihr Leverkusen gegen Stuttgart gesehen? Das ist Fußball, den ich mir für Hertha wünsche. Ja, das ist jetzt natürlich ein sehr hohes Niveau, aber du kannst es ja im Kleinen nachmachen. Viele Sachen gucken sie sich ja auch bei den großen Klubs ab. Zum Beispiel Sebastian Hoeneß guckt sich auch viele Sachen ab von Topklubs wie City oder Brighton. Man adaptiert es dann so, wie es auf die Spieler, die man hat, funktionieren kann. Ja, aber so muss Fußball sein. Intensiv, immer wieder intensiv und immer wieder nach vorne. Jeder weiß, was der andere zu tun hat. Dynamisches Positionsspiel, Direktpassspiel. Das ist wirklich geil. Wie Benni das mit dem mitspielenden IV in der Dreierkette gesagt hat, was man damit für einen Wert schärfen würde. Wow, ja. Hertha heute Sebastian Hoeneß bestimmt haben können zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja, dann hätte man sich früher von Sandro Schwarz trennen müssen. Da war er noch frei. Und ich glaube, dass er, ich wusste nicht, dass Sebastian Hoeneß auch Stuttgart mag, beziehungsweise Fan war als Jugendlicher. Das kam er dann raus. Aber der hat ja ewig in unserer zweiten gespielt. Also glaube ich auch, dass er nicht abgeneigt gewesen wäre, bei uns den Job zu übernehmen. Wir waren ja auch in einer ähnlichen Situation wie Stuttgart, als er sie übernommen hat. Wenn ich St. Pauli sehe, versucht fast immer ein Spieler im letzten Drittel einen tiefen Lauf, sodass der Ballführende dort immer Optionen hat. Das fehlt bei unserer Hertha komplett. Man merkt, dass bei uns offensiv nichts einstudiert ist. Das fehlt. Das ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, im Talk mit Flo. Wenn ihr euch das Tor anguckt, ich glaube, es war 2-2 von Leverkusen, wo Adli den Laufweg macht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es Borja Iglesias war. Oder Schick zieht den Innenverteidiger nach außen, weil er kreuzt. Und dann kreuzt ihn Adli und geht in den tiefen Lauf. Dann ist der Pass auch einfach zu spielen. Klar muss der ankommen und bei uns fehlen manchmal schon die 3-Meter-Pässe. Aber da ist krasser als dieser schöne Pass von Würz, ist wirklich der Laufweg. Oder die Laufwege, die dazu führen, dass da der Raum ist. Und das kann man auch in unteren Klassen einstudieren. Und Plattenhard ist aktuell ohne Vertrag. Meinst du, es würde Sinn machen, ihn nochmal ins Boot zu holen? Auf gar keinen Fall. Der hatte schon keine Fitness, als er bei uns war zuletzt. Und die wird er jetzt noch weniger haben. Und das, was er eigentlich gut kann, nämlich Flanken und Standards, hat er nur nochmal kurz unter Felix Magath gezeigt. Sonst hat er es auch zwei Jahre vermissen lassen und auf gar keinen Fall. Ich würde mir mal wünschen, Clemens und Kempf-IV, man muss mal was ändern, dass wir die viel zu vielen Gegentore angehen, was auch mit unseren Sechser und Achter zu tun hat. Eben, man darf halt auch immer nicht vergessen, man guckt sich dann die IV an, aber das liegt ja nicht nur an der IV, sondern wie verteidigst du im Verbund? Und wenn wir uns Tore fangen, wie jetzt beispielsweise gegen Wien-Wiesbaden, die es auch gut gemacht haben, über Umschaltsituationen, dann hängt das nicht nur an der IV, sondern an den Abständen generell. Zwischen Sechser, zwischen Achter, zwischen IVs. Auch in der Breite die Abstände. Wie stelle ich Laufwege zu? Wer presst? In welchem Moment? Ich glaube, Boetius ist immer noch vereinslos. Laut Kurier und so hat er ja darauf gepokert, dass Sandro Schwarz ihn holt. Zu New York, Red Bull. Aber der ist immer noch vereinslos. Gucken wir mal, ja. Alter, hat der sich verpokert. Der ist 29. Kann man eigentlich auch echt sagen, dass der dann überhaupt noch diese, also dass der einfach diese Option gezogen hat, dass sein Vertrag bei uns aufgelöst wird, ohne dass er direkt einen neuen Verein in der Hinterhand hatte, so auch wild von ihm selbst. Hey, guten Abend Community, hallo Tom. Hat einer zufällig unser Spiel heute gesehen gegen Union? Ich habe nur die erste Halbzeit gesehen. Sehr, sehr bitter, dass er den Elfmeter nicht bekommen hat. Kann ich nicht nachvollziehen. Zweite Halbzeit habe ich nicht gesehen. Bitter, das 1 zu 1 so spät noch zu bekommen. War aber ein schönes Tor. Aber war ein gutes Spiel. Aber das hätte Mainz wirklich gewinnen müssen. Das hätten sie gewinnen müssen. Kann mir mal jemand sagen, warum unsere Standards immer so kurz kommen? Es ist wirklich nahezu jeder auf den ersten Mann des Gegners. Das ist auch einfach eine Qualitätsfrage. Wenn du dir heute zum Beispiel die Standards von Mainz wieder angeguckt hast, nur weil Nadim Amiri die schießt, da ist ja auch das erste Tor entstanden, mit was für einem Zug auf den zweiten Pfosten und was für einem Curve die da hinkommen, das ist dann auch deutlich schwerer zu verteidigen. Und dann hält da halt einer einfach mal die Rübe rein. Wenn die auf den ersten, also jeder, der mal in der Innenverteidigung gestanden hat oder generell im eigenen Strafraum, weiß doch, wie einfach eine Ecke zu verteidigen ist, die auf dich auf den ersten Pfosten kommt. Einfacher geht es nicht, weil du kannst nicht mal ein Eigentor erzielen. Das Schlimmste, was passiert ist, dass er zur Ecke geht und es noch eine Ecke gibt. Und rausköpfen ist auch relativ einfach, weil du dann auch in Seiten ausköpfen kannst. Schon schwieriger, wenn er auf den zweiten Pfosten kommt. Da kannst du ihn noch verlängern oder das Beste ist natürlich genau zwischen beide Pfosten, weil da kann auch jede Berührung des Abwehrspielers zu einem Eigentor führen. Oder dass er ihn nur nach vorne geklärt kriegt ins Zentrum, wo dann einer auf den zweiten Ball kommt. Unsere Standards sind wirklich nicht gut. Und das, obwohl Dennis, liebe Grüße gehen raus an Dennis, die geile Sau, er meinte, dass Kenny so unfassbar geile Standards geschlagen hat im Trainingslager. Ja, ich würde gerne mal Hüsin und Clemens auf der Sechs zusammen sehen. Ich auch. Das macht bei St. Pauli Eggestein überragend. Der ist mit dem Rücken zum Tor und Räume schaffend so wertvoll. Absolut lässt sich auch immer wieder fallen. Derrick Köhn zu Gala. Ist das jetzt schon durch? Ist aber wirklich ein wilder Transfer. Da hat er das Transferfenster noch offen. Was kriegen die denn für den? Ist das jetzt schon fix? Ich habe nur gesehen, dass beide den Deal wohl forcieren. Also alle drei Parteien. Hätte ich auch nicht gedacht. Dachte auch, der geht jetzt als nächstes in die Bundesliga. Aber Gala hat jetzt Geld zur Verfügung, nachdem sie Poe abgegeben haben. Ne, noch ist er nicht weg. Würde mich auch mal interessieren, was sie dafür bekommen. Ragnar Fikasorn, danke dir für dein Stufe 1-Abo. 14 Monate am Start. 3 Millionen plus Boni. Wollten die nicht im Sommer noch 6 oder 7 Millionen für den haben? Wie lange hat denn der noch Vertrag bei Hannover? Derrick Köhn. 25, gut, sind nur noch anderthalb Jahre. Krass. 3,5 Millionen und 10% Boni, glaube ich. 10% Boni oder 10% Weiterverkaufsbeteiligung? Der wildeste Transfer bisher ist Dilrosun nach Mexiko. Was? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Was? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Dilrosun. Lol. Spielt wirklich jetzt bei Amerika. Amerika. Also das ist wirklich wild. Aber vielleicht. Ich meine, er ist, ich weiß ja nicht, wie viel Verwandtschaft er da noch hat, aber er hat ja seine Wurzeln auch in Suriname. Vielleicht ist die Entfernung auch nach Suriname nicht mehr so weit jetzt, oder? Von Mexiko. Also die Entfernung ist nicht mehr so weit wie vorher, ist klar. Aber ist ja auch in Südamerika. Ja, aber vielleicht spielt das wirklich noch, weil das ist wirklich ein wilder Transfer. Tom, hast du dir mal gedacht, dass du das hier, diese ganze Was? Tom, hast du dir mal gedacht, dass du hier dieses Ganze, wie so auch immer, nicht weiterführen kannst oder willst? Willst, willst nicht? Kann, habe ich schon öfter gedacht, ja. Aber will eigentlich nicht. Es macht mir sehr viel Spaß. Merkt man, glaube ich, auch. Sonst würde ich ja auch nicht so hinterher sein. Aber kann, zeittechnisch, ja. Und falls man mal hoffentlich irgendwann Kinder kriegt, kann ich das auch nicht, kann ich nicht sagen, wie das dann alles weitergeht. Muss man dann gucken. Pletti hat 3,7 Millionen plus Boni geschrieben. Dann nehmen wir das mal fix und loggen das ein. Köln ist halt manchmal lustlos bei der Rückwärtsbewegung. Sonst wäre der in der Bundesliga, ja, aber technisch und offensiv und mit seinem Tempo ist der nach vorne natürlich schon eine Waffe. Nee, ich bin nicht in Fürth am Wochenende. Wollten wir heute eigentlich sein Pauli-Tickets klären, hat aber nicht geklappt, aber vielleicht komme ich noch irgendwie anders ran. Aber da war ich mit ein paar, wir haben es aber alle nicht gekriegt. Paddy the Power, hau hin, die Runde hau hin, mein Lieber. Wie viele Tickets gab es denn überhaupt von St. Pauli, 20.000? Äh, 2.000? Ein bisschen mehr als 20.000 fassen wir da rein, 2.000, 2.500 Tickets. Die waren aber wirklich ratzfatz weg. Ja, Dennis kann schon Tickets besorgen, aber ich wollte gerne in der Kurve stehen. Und da kann bisher keiner Tickets besorgen. Theoretisch hat Hannover 96, ich brauche auch zwei, mit dem lieben André wollte ich nämlich hinfahren. Theoretisch hat Hannover 96 Ezeh einen guten Ersatz, aber keine Ahnung, wie es dem mittlerweile geht. Die haben ja Ezeh auch teilweise auf der IV-Dreier-Kettenposition ausprobiert, das war auch wild. Der war aber gut bei, wo war der bei Wien-Wiesbaden vorher, ne? 2.800. Na, 2 bräuchte ich mindestens. Aber zum Originalpreis natürlich. Der Preis, der auf dem Ticket steht. Hat überhaupt irgendjemand Tickets bekommen, oder wie? Ich habe noch keinen gehört, der mir geschrieben hat, du, ich habe Tickets. Ähm, ja. Okay. Bis zum nächsten Mal.